hallo ich begrüße euch schön dass ihr wieder dabei seid bei unserem nächsten video und ihr seht wir sind heute in meiner privaten werkstatt zu hause und ich möchte euch mein hobby vorstellen das ist unter anderem das drechseln für das heutige projekt habe ich mir ein windlicht ausgesucht und ihr wisst ja die windlichter die sonst im netz zu finden sind sind immer eingesägt damit die kerze luft bekommt ich möchte euch heute eine andere konstruktion vorstelle eine unsichtbare belüftung sozusagen wie man das macht möchte ich euch dann gleich zeigen für das heutige windlicht habe ich eine whisky flasche abgeschnitten die untere fläche schon geschliffen und vorbereitet dass wir das ganze dann auf das holzstück anpassen können weiter möchte man nachher als 60er teelicht mit einbauen da die whisky flasche sehr dick ist passt das 60er teelichter unter gut rein und dann haben wir auch große kerze da innen drin als holzart habe ich die olivische ausgesucht dieses stück hatte sehr interessante maserung und ich denke das kommt nachher dann ganz gut raus wenn das geölt ist und fertig abgedreht ist so 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 now habe jetzt kommt nur noch der glasaufsatz drauf und das windlicht wer fertig ich wünsche euch nun viel spaß beim nachdrehen ich würde mich freuen wäre das nächste mal wieder dabei oder ihr könnt auch noch andere videos auf meinem kanal sehen bis dann sage ich tschüss bis dann Untertitelung des ZDF, 2020